Ja, hallo mit O, liebe Nerdlinge. Heute wird mal von hinten nach vorn, von rechts nach links gelesen, denn ich habe hier die Klingen der Wächter, einem Manua, also einem chinesischen Comic, das mir freundlicherweise vom Schweizer Verlag China Books zur Verfügung gestellt wurde. Vielen herzlichen Dank dafür. I am Nerd. Diese Reihe handelt vom wandernden Ritter Daoma, der mit seinem kleinen Sohn Xiao Qi im altertümlichen China durch die Lande zieht und sich als Kopfgeldjäger verdingt. Er wurde vor einiger Zeit vom alten Mo gerettet und sammelt nun die Kopfgelder, um seine Schuld zurückzuzahlen. Dass mit Daoma nicht zu spaßen ist, zeigt er direkt am Anfang des Manua, wo er für eine ordentliche Belohnung die gesamte Bande von Jiangxi erledigt. Und als er dann auf dem Weg zum alten Mo zwei überlebende Wachen einer Karawane, die von Dämonen überfallen worden war, vor dem sicheren Tod rettet, erhält er den Steckbrief für den skrupellosen Killer Doppelköpfige Schlange, auf dessen Kopf ganze 6000 Münzen ausgesetzt sind. Nach einem Zwischenstopp bei seinem alten Retter macht er sich auf die Suche nach dem Schurken und kommt dabei in die Stadt des Roten Sandes, die von dem üblen Stadthalter Herrn Chang unterjocht und ausgebeutet wird. Also scheint Daoma mehr als eine Mission zu haben. Die Klingen der Wächter von Xu Xiangse nagelt mich jetzt bitte nicht darauf fest, wie das ausgesprochen wird. Ich weiß ja, dass Worte im Chinesischen je nach Aussprache und Zusammenhang andere Bedeutung bekommen können, aber selbst wenn man sich das mehrfach anhört, ist es nicht so leicht, es auch korrekt auszusprechen. Wobei ich mir bei Xu schon recht sicher bin, da ich einen ehemaligen Arbeitskollegen mit gleichen Namen hatte. Sehr netter Typ übrigens. Aber zurück zum Autor, der auch gleichzeitig diesen Manuar gezeichnet hat. Er hat hier eine rasante Geschichte um den Schwertkämpfer Daoma geschrieben, der mit seinem für die damalige Zeit typischen großen Strohhut, ja, den sieht man hier auch, ein recht mysteriöses Bild abgibt. Natürlich ganz John Wick-mäßig in schwarz gekleidet, teilt er auch genauso aus und nimmt es sogar mit größeren Gegnergruppen auf, die er ohne Probleme bezwingt. Erinnert mich schon ziemlich an die alten Kung-Fu-Filme der Shaw Brothers aus den 70ern mit einem jungen Helden und fiesen Gegnern, in denen auch ordentliche Blutfontänen aus den zahlreichen Wunden spritzen. Man, was fand ich die fliegende Guillotine damals toll, auch wenn ich die noch gar nicht hätte sehen dürfen. Mit den Klingen der Wächter kommt jedenfalls wieder schnell das gleiche Feeling auf, auch wenn es komplett in schwarz-weiß gehalten ist, aber bei den actionreichen Kampfszenen kann man quasi das Klirren der Schwerter und das Flattern der weiten Kleidung direkt hören. Daomas Motiv ist einfach, aber als Grund für seine Reise absolut ausreichend. Dabei wirkt er auch noch recht nobel, da der alte Mo eigentlich gar kein Geld von ihm haben möchte. Hier sieht man eben dieses typische Ehrgefühl. Sein kleiner Sohn, der ihn ständig begleitet, ist mit seinem großen Mundwerk so als Comic Relief angelegt und bringt auch die eine oder andere witzige Szene mit ein. Der Oma versucht ihn dabei aber auch auf jede erdenkliche Weise zu schützen, denn auch wenn man vielleicht meint, dass so ein Kind bei solchen Schlachtfesten nicht anwesend sein sollte, fordert der Vater ihn zumindest immer dazu auf, sich die Augen zuzuhalten und bis zu einer bestimmten Zahl zu zählen. Immerhin ist immer alles recht schnell vorbei. Aber selbst solche Albernheiten sind ja typisch für das Genre. Jackie Chan ist schließlich damit zum großen Star geworden. Die Zeichnungen sind etwas detaillierter als bei einem Manga, mit weniger glattgestriegelten Figuren in einer etwas realistischeren Richtung. Viel Schraffur für die Feinheiten und Schattierungen. Dadurch ergibt sich ein härteres, schmutzigeres Bild, wie es auch irgendwie zur Geschichte passt. Obwohl Daoma absolut überlegen ist, ist er jedoch nicht der strahlende Held, sondern zeigt auch an seinem Äußeren, dass er einem schmutzigen Business nachgeht. Alles in allem finde ich das sehr stimmig. Der Manua selbst wird wie ein Manga auch von hinten nach vorn und von rechts nach links gelesen. Deshalb findet man am vermeintlichen Anfang, also hier hinten, auch direkt den Hinweis darauf, dass man sich gerade am falschen Ende befindet. Und in der kurzen Erklärung, wie man denn nun richtig vorgeht, kommt man auch recht schnell klar. Für Europäer, der noch keine Berührung mit japanischen und chinesischen Comics hatte, ist das durchaus hilfreich. Das Buch hat in etwa Taschenbuchformat, also ein Stück größer als der typische Manga, ist mit seinen ca. 280 Seiten auch recht dick. Da ist der Preis von 14,90 Euro auch durchaus okay. Die Geschichte liest sich gut und flüssig, deshalb ist man auch recht schnell durch, wenn man sich erstmal an die ungewohnte Leserichtung gewöhnt hat. Aber Manga-Leser wird das natürlich nur ein müdes Lächeln kosten. Fans von Kung-Fu-Filmen, die mal was ähnliches zum Lesen suchen, kommen hier auf jeden Fall auf ihre Kosten. Es gibt keine übermenschlichen Kräfte, wie man das aus vielen Mangas gewohnt ist. Die flotten Kämpfe und eine durchaus nachvollziehbare Story machen die Klingen der Wächter zu einer lesenswerten Lektüre für zwischendurch, auch wenn es sich jetzt nicht um absolutes literarisches Meisterwerk handelt. Ich werde mir auf jeden Fall die weiteren Bände ebenfalls anschauen und euch dazu berichten. Ja, das war es dann auch schon wieder. Ihr wisst ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, klickt auf die Glocke, um über die nächsten Videos informiert zu werden. Kommentare und Daumen sind auch immer gerne gesehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.